Musik 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 Ok ich muss also offenbar auf den Kampfplatz.. dich hätt ich gerade schon befragt, richtig richtig Ich will mich aber eher umsehen als gleich auf dem Kampfplatz zu kämpfen, aber ichchätz es wird jetzt sofort starten oder? Nein, tut's nicht. Gut, da vorne sind Zuschauer. Perfekt. Da kann ich mich noch eine Weile umsehen. Wald ohne Wiederkehr gefahren, Stufe 48. Ja, nein. Ich bin raus. Ich meine, ich habe drei 48er dabei. Aber ich glaube, nein. Wenn ich mir denke, was Gefahren Stufe 20 bei mir für Schaden angerichtet hat, weil so ein blöder Eisbär alle auf einmal killt mit seiner dummen Pranke. Und ich kann diesen Werten hier nicht vertrauen. Mont Dor, 8, äh, nicht 8, 33. Ein Sperrkämpfer aus dem Frostland. Er tat sich schon als junge NL-Kampfkunst hervor und nahm es so lange mit allen Herausforderungen auf, bis man ihn zum Stärksten erklärte. Bis heute sucht er nach neun Gegnern, an denen er sich messen kann. Dennoch weiß er, dass ein Sperr kaum mehr als ein flüchtiger Eindruck von seiner eigenen Überzeugung ist. Mont Dor's Zustand. Hm-hm. Herr, Herr! Bitte verzeiht. Ich war mit in der Übung. Mont Dor. Lanzenträger der Extraklasse. Zu euren Diensten. Cyrus, drehe ich mal kurz um. Das ist ein, das ist ein, ein Stabkämpfer. Und du weißt, wie die sein können. Fetzend. Imperiale Lanze, die mir gehört. Würde er bestimmt nicht vermissen. Er trainiert ja gerade mal damit. Hahaha. So, Viktor Spee, ist die Imperiale Lanze besser? Nö, nicht so wirklich. Hab ich umsonst geklaut. Ich könnte ihn jetzt einfach mal über den Haufen hauen, aber nee. Aha. Ich bin eigentlich nicht hier, um Handel zu treiben. Normalerweise versammle ich die Menge rund um die Arena. Handel, ja? Tomahawkbogen und Zaubergewand. Mensch. Überzeugt mich gerade nicht so wirklich. Auch nicht so richtig. Lassen wir das. Markschreier 38, Spitzname, der Mann der 100, Fäuste. Drei Ellen, eine Spanne, neun Stein. Ich weiß, ich weiß, das ist ein alberner Name. Aber versuch einmal, ihm das zu erklären. Vielleicht nachdem, wie ihr ihn mit Feuer, Wind oder Doktorheit besiegt habt. Es gibt allerdings keine Waffe, mit der ihr euch einen Vorteil verschaffen könntet. Ah ja. Oh, Schattenseelsteiner, schön. Geschwätziger Dorfbewohner, 26. Ellies Mutter war eine echte Schönheit. Ja, das war sie. Hab gehört, dass die Männer hinter ihr her waren. Wie verrückt. Aber jetzt ist sie tot, oder? Vielleicht hat sie einer der Götter des Nachts geholt. Oder die Monster aus dem Wald haben sie weggezerrt. Oh ja. Hallo. Blüte, bleib doch. Habt ihr Gerüchte über den Verschlinger gehört? Immer mehr Männer und Frauen werden im Wald ohne Wiederkehr vermisst. Daher der Name. Das ist wirklich schlimm. Also, seid in dieser Gegend besonders vorsichtig. Okay. Also, Mist. Der Kampf zwischen Victorino und der unbeirksamen Klinge war wirklich heftig. Aber wir haben da noch gar nicht gekämpft. Lüge nicht, Weib. Spitzerdolch. Meins Falkendolch. Meins Silberdolch. Meins... Na ja, Korben72. Nur Rüst, nur Fun. Zuschauer 20. Deckname. Die Klaunen. Vier Ellen, neun Stein. Hilda, die Klaunen. Die versteht keinen Spaß. Es sollte euch alarmieren. Setzt direkt auf Schwerterstäbe oder Eisenangriffe. Sonst macht Eisangriffe. Sonst macht sie euch im Handumdrehen alle. Uh, ein Objekt. Wenn ich jetzt darauf zurase, habe ich wahrscheinlich ein Problem. Ah, da, da, da ist das, wo ich hin will. Was hast du denn in der Tasche? Liebstoff, ja schön. Eishillenstein. Warte mal, der Name kommt mir bekannt vor. Seid gegrüßt, erinnert ihr euch an mich? Ich, 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 ihr hattet mir doch die Geschichte von dem Monsterbändigan erzählt. Hm. Ich habe die Gerüchte über ein magisches Schwert namens Schlangenbann gehört. Okay, damit, meins. Solche eine Waffe könnte ich sicherlich die Riesenschlange besiegen, von der mein Vater besessen ist. Ein Schwerkämpfer aus der Arena soll angeblich, ähm, den Schlangenbann tragen. Leider will der Mann mir trotz Bitten und Flehen das Schwert nicht geben. Das ist vielleicht die einzige Möglichkeit, meinen Vater zu retten. Ähm, wenn ich doch nur irgendwas von ihm bekommen könnte. Hm. Ich schleiche mich mal an den Leuten vorbei. Ah, mein Magenschmerz, mein Herz schlägt wie ein Schmiedehammer. Mein Name ist Esteras. Als Lokalmatador warte ich hier auf meinen Schwertkampf. Das heißt, du hast ein Schwert, das ich an mich nehmen kann? Göttliche Klinge. Klingt famos. Cyrus? Esteras, 26. Dieser Schwertkämpfer übt täglich mit den Erwartungen, seiner Heimatstadt gerecht zu werden. Um Dinge, ja genau. Er kommt aus einer armen Familie und zeigt als Kind wenig Talent für den Schwertkampf. Damit ihn aber unablässig hänselte, konzentrierte er sich auf sein Training und wurde schließlich zu einem der respektabelsten Kämpfer. Obwohl ihm die Erinnerung an seine Jugendzeit noch immer schmerzt, verliebt er seine Überzeugung nicht und sucht weiter nach Erlösung. Wow. Bitte, Firion, für dich eine göttliche Klinge. Und du könntest die Trugbildklinge bekommen oder die Mondklinge. Okay, verstehe. Es ist alles besser, als das ich dir geben will. Jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht. Und da. Die unbeugsame Klinge, das ist unmöglich. Homeworld for acht Jahren zerstört. Ja, und? Was ist Verleugnung hier? Ich glaube, war das gedruckt? Ich weiß nicht mehr. Die Vermierung war mündlich. Gedruckt heißt das Verleugnen. Wer weiß, ob das stimmt. Zuschauer 25. Deckname Topfjunge. 4L in Elfstein. Ihr Kämpft gegen Johnny? Wer? Oh je. Der Junge hat doch keine Ahnung, welche Welt der Schmerzen ihn da erwartet. Piekt ihn mit dem Speer oder zieht ihm eins mit dem Stab über? Oder gebt ihm richtig Feuer? Preis nach Lass im Gasthaus. Na endlich. Lange Luke dauert. Dich habe ich schon ausgenommen. Entschuldigung. Das könnte ein nostorischer Kampf werden. Und ich werde da sein und alles mit ansehen. So, vorsichtig. Die meisten kommen wegen der Arena nach Victor's School. Ja, ich nicht. Well, ich bin niemals. Ja, gegen unbeugsame Klinge hat natürlich niemand eine Chance, weil ich bin die unbeugsame Klinge. Das schafft ihr schon. Du hast gesehen, was er mit Victorino gemacht hat. Achso, der da hat... Ne, warte mal, was? Seid ihr alle in einer Paralleldimension oder so? Sicily, 21. Spitzname, die Münzzählerin. Drei L in eine Spanne. Gewicht geht richtig sein. Hahaha. Ähm. Habt noch nie etwas von einer verdammten Münzzählerin gehört. Aber intuitiv würde ich sagen, dass hier alles möglich ist. Schwerter, Deutsche, Stehle. Ihr könnt natürlich auch versuchen, sie in Flammen aufgehen zu lassen. So hexig wirkt sie doch gar nicht. Ah, you effing kidding me. Ah, ah. Keine Chance am Arsch hier. Er sagt mir, warum ich da hinten hinkomme. Ah! Ha, 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 ha. Trick 17. Ein Energiepferdeapfel. Uh, wer seid ihr denn? Süßigkeiten. 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 Wer hat noch ein paar Kinder vermisst? Ich glaube, ich habe den Schuldigen gefunden. Alter Mann. 61. Spitzname das Rätsel. Vier Ellen, eine Spanne, acht Steinen. Und ich habe ihn alles zuerst im Klau. Die Zwiebel sind ein bisschen schlecht. Das für ein angeberischer Name. Mit Schwert oder Dolch könnt ihr ihn besiegen. Vielleicht auch mit einem Dutzend Pfeilen. Schätze, Blitzschläge sollten ihre Wirkung ebenfalls nicht verfehlen. Ich sehe hier nur selten andere. Was wollt ihr von mir alten Narren? Alles. Wichs-Amulid. Ich bin halt casual hinter die Arena spaziert. Passiert öfters mal. Egal wie groß oder wild die Schlange ist. Schlangenbann wird kurz einen Prozess mit ihm machen. Ich habe gerade erst in der Arena ein schelmiges Untier bekämpft. Das Publikum hat getobt, als ich ihm den Bauch raufschlitzte. Das würde er nicht vermissen. Ich stelle mir gerade vor, wie er in der Arena steht. Die nächste Riesenschlange kommt. Er so, haha, Beste, ich erschlage dich. Er nach seinem Schwert greift und feststellt. Oh. Und dann schnapp. Weg. Monsterjäger. 28. Dieser Schwertkämpfer ist ein fähiger Bestientöter. Mehr Kraft und Verstand. Er kann die Bewegung seiner Gegner lesen, ihre Schwächen erkennen und die richtige Waffe wählen, um sie zu besiegen. Sehr interessant. Aber unnütz. Olive des Lebens. Olive des Lebens. Olive des Lebens. Scheint mir ein lebendiges Kerlchen zu sein. Nein. Wir haben die Arme schon alles geklaut. Glücksspieler. 35. Dieser bemerkenswerte und glücklose Mann hat im gesamten Laden eine endlose Reihe von Wetten verloren. Ach, das ist ein Land, das nicht Laden. Nachdem sowohl sein Zuversicht als auch sein Vermögen aufgebraucht waren, fand er zum Glauben. Daher bereut er die vielen Wetten, die er verloren hat, nicht. Gut. Ich habe immerzu nur gewettet und verloren. Jetzt ist mein Geldbeutel leer wie die verdammte Wüste. Die ist voll Sand, also was hast du noch so alles zu verbergen? Doch die Höftung stirbt zuletzt. Die nächste Wette wird mir bestimmt Reichtümer bescheren. Hört mal. Tut einem Schicksal als geplagten Mann einen Gefallen und seht euch die Kämpfer an, ja? Berichtet mir über Estadas und den hiesigen Schwerkünstler und Mondor und den Nanzenträger im hiesigen Mobben. Na ja, dann mach mal. Na, da seid ihr ja. Welche Neuigkeiten bringt ihr mir? Mhm. Oho. Äh, Montador sieht gesund und wüstig aus, hm? Er übt fleißig, sagt ihr. Und hat Feuer am Blick. Der Lokalmatador, äh, Estadas wirkt wie ein Verlierer, sagt ihr. So nervös, dass er Bauchschmerzen hat, ja? Macht sich wohl Sorgen, was die heimischen Zuschauer sagen werden, wenn er es verbockt. Da habe ich keinen Zweifel. Hm. Bei den Göttern, ich weiß genau, auf wen ich meine jetzt Münzen setzen werde. Seid gesegnet. Oh, das wird so nach hinten losgehen. Waaah! Der Schwertkämpfer Estadas hat den Kampf gewonnen. Hahaha. Ähm. 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 Schwein gehabt. Hinten ist ein Glückstag für mich. Hä? Jetzt seid ihr überrascht. Tja, ich habe mein Geld auf den Schwertkämpfer Estadas gesetzt. Als er mir sagte, wie viel Angst er vor dem heimischen Publikum hat, wusste ich bereits, wie er zur Ehrung ausgehen würde. Das Geburte des Publikums würde ihm Angst machen und zugleich die Kraft verleihen, seinen Gegner besiegen zu können. Hehe. Um ehrlich zu sein, stamm ich selbst aus dieser Gegend. Und daher habe ich gerne auf unseren Lokalhelden gesetzt. Juhu. Jetzt bringen mich keine Schulden mehr ins Gefängnis. Möge dir gesegnet sein. Ich bin euch mächtig dankbar. Ich bin euch nicht dankbar. Kann ich dir noch mehr klauen. Was ist denn der Reinebel? Tududu. Möge dir gesegnet sein. 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 Vielen Dank.